Er war einer der prägenden Sportkommentatoren des Schweizer Fernsehens, Hans Jucker. Nun ist Jucker überraschend gestorben, im Alter von 65 Jahren. Sein Bruder bestätigte gegenüber der Tagesschau eine entsprechende Meldung von Telezüri. Erst vor wenigen Tagen war Hans Jucker in Rente gegangen. Ein grosser Moment für den Schweizer Ratsport. So kannte man ihn. Bis zu seiner Pensionierung war Hans Jucker leidenschaftlicher Sportreporter. Mehr als 10.000 Stunden kommentierte er live fürs Schweizer Fernsehen von den verschiedensten Sportevents. Der alpine Skisport in den 80er und 90er Jahren gehörte genauso dazu wie der Kampf im Ring. Angefangen hatte alles 1965, als das Fernsehen noch schwarz-weiss war. 46 Jahre lang blieb Jucker seinem Kommentatorenberuf treu. So lange wie kaum ein anderer. Und er brachte das Publikum immer wieder gerne zum Lachen. Jetzt weiss ich nicht mehr, wo du reinkommst. Du Pesche, ich weiss nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Jetzt kommen dir zuerst noch die Scheissponys. Für mich ist ein grossartiges Ereignis heute. Ja, ich bin der Väter. Fangen wir noch mal an. Huren Sieg. Huren Löhli. Das ist jetzt der Beste. Mit 65 sei genug, meinte Jucker und sagte dem Fernsehpublikum am CSI Zürich vor drei Wochen, kurz nach seinem Geburtstag, ein letztes Mal Adieu. Das war's, meine Damen und Herren aus dem Hallenstadion. Das war's auch von mir. Nach knapp 46 Jahren darf ich mich zum letzten Mal verabschieden. Und so sage ich heute also nicht auf Wiedersehen, sondern ganz einfach Adieu mit den Amts. Das war's.